moin moin servus und grüß gott auf meinem kanal nicht wundern heute kommt mal ein spezialvideo freitag ich habe ja im live stream gesagt dass ich jetzt öfters mal auf freitags ein video raus kloppen will vielleicht auch mal wieder so ein bisschen vlog technisch und heute werde ich mich vom kelly verabschieden deswegen seht ihr auch im hintergrund ein see mein kelly kommt jetzt weg ich nehme abschied von ihm und ich werde heute das letzte mal nicht drin im kelly übernachten ich werde eine hängematte zwischen einem baum und meinem kelly spannen seid gespannt zeige ich euch gleich seid gespannt ja immer gespannt gespannt sagen ich war immer sehr zufrieden mit meinem kelly die hat mich zweieinhalb jahre jetzt begleitet leider hat er halt paar sachen die könnte man jetzt zwar auch wieder geld reinstecken aber es gibt ein tragendes teil hinten bei der blattfeder der fährt halt noch auf blattfeder und das ist ein tragendes teil und da war ich beim tüv gewesen und er sagte das könnte wahrscheinlich nicht mehr durchkommen wenn wir das schweißen deswegen will ich das auch nicht riskieren und der geht jetzt auf jeden fall weg link ist auch unten in der video beschreibung bei ebay kleinanzeiger wer vielleicht interesse am basteln hat hier steht ein caddy 1,9 sdi diesel mit lkw zulassung zur verfügung ich bin sogar nicht alleine hier hier stehen noch welche mit denen ich gerade auch so ein bisschen über lost place geschnackt habe auch sehr nette menschen hier gerade und die haben ja auch schon eben ihre nudeln gegessen die haben mich mal eben hier eingewiesen und ja jetzt werde ich mir mal meine hängematte aufbauen und dann werde ich mir auch was zu essen machen bevor das dunkel wird es ist jetzt glaube ich schon mittlerweile viertel nach neun oder so ist das aber herrlicher ausblick so wie gesagt es wird schon ein bisschen dunkel ich habe das jetzt mal ausgeleuchtet ich habe noch einen stuhl drin und ich habe mir jetzt die sachen die ich für heute brauche in kasten reingepackt aber hier habe ich schon alles abgebaut das habt ihr im live stream gesehen hier die box übrigens hat mal meinen hund kaputt geknabbert hier habe ich ja meine staufächer da habe ich jetzt auch noch ein camping geschirr und meinen camping kocher drin weil ich mir ja noch im gleichen jahr dosenfutter mache ich habe meinen tisch noch dabei das werde ich mir hier gleich noch mal einklemmen da werde ich jetzt mal eben schnell die hängematte spannen und noch ein tab rüber falls es regnen sollte dass ich das ganze jetzt am caddy festmachen kann habe ich mir einfach so eine m6 schraube geschnappt paar muttern dran gedreht und nicht zu vergessen den karabinerhaken natürlich noch rein machen dass ich die hängematte befestigen kann zack eingespannt und fertig so sieht das ganze jetzt aus wenn die gespannt ist wie gesagt jetzt will ich mir noch einen tab spannen falls es doch regnen sollte und dann kann ich von meiner hängematte zum see gucken ist doch coole sache oder das letzte mal heute mit meinem caddy ja und da hinten sind auch noch welche die haben mir gerade im pudding angeboten da will ich gleich noch mal ein pudding abholen und mein kaffee habe ich übrigens auch mit der hat mir meine frau aber heute gekocht so wie gesagt hier habe ich meinen beutel mit dem tab drin da sind sechs bänder und heringe drin fängt das an zu nieseln ganz aber schnell haben extra so eine wäscheleine gekauft so einen kleinen karabiner dran gemacht dass ich das besser spannen kann schneller spannen kann vor allen dem sag es wird doch schnell dunkel ich hoffe ich könnte das alles noch sehen was ich da gerade mache es ist immer das blöde so wenn sich das alles so verheddert dass wir alles auseinander tüdeln von wegen immer schnell 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 das gefällt mir das muss ich noch mal daran arbeiten muss ich mir was anderes einfallen lassen ich hoffe ihr könnt das sehen dass es so schnell dunkel geworden hängematte auf jeden fall gespannt ja das tab gespannt und jetzt wird der opa sich mal einmummeln knackt ein bisschen muss man echt vertrauen zu haben und ramba zambi kann ich das mosquito netz auch noch zu machen perfekt geil so jetzt kann ich meinen kaffee kochen und noch was zu essen machen ach nee frau hat mir heute mal kaffee fertig gemacht in der kanne aber ich würde mir noch was zu essen machen neben mir stehen auch noch welche zwei frauen hier lisa und juliane die sind auch irgendwie auf der durchreise wollten heute hier am see schlafen die haben t5 haben auch mal ein bisschen gequatscht auch lost place mäßig und sowas alles und die haben mir jetzt mal einen pudding gemacht finde ich sehr nett von euch beiden dankeschön die wird hier auf jeden fall auch gleich essen wie gesagt ich habe ein klemmbrett hier an gemacht hier würde ich jetzt eben noch mein gulasch machen ja heute gibt es dosen vor heute geht es mir mal schnell und mein kaffee habe meine frau gekocht das ist schon alles tippitoppi ich musste mein pullover ausziehen da kommst du richtig entschwitzen wenn du das mal aufbaust und ich bin ganz gerade am überlegen erstmal im kaffee einschenken ob der pudding heute nur für mich ausreicht ich habe zu hause ja schon brot gegessen sieht auf jeden fall sehr lecker aus ist warm also werde ich den pudding jetzt erst mal essen schmeckt super das finde ich halt so cool unter camper man kann mal eben rüber gehen meinen quatschen bielchen trinken oder wie in dem fall meinen pudding essen ich glaube das reicht auch muss auch ein bisschen auf meine linie achten ich glaube heute gibt es kein gulasch mehr habe jetzt glaube ich auch schon seit anderthalb monate nicht mehr geraucht fehlt mir auch absolut nicht kein verlangen drauf aber was noch geblieben ist ist der kaffee der muss sein der ist auch noch so schweine heiß hier seht ihr das ich habe die hängematte auch so ein bisschen zurück geschoben ich kann jetzt wieder her schieben dann kann ich sie da oben einspannen und dann kann ich drinnen schlafen ich wollte das jetzt alles ein bisschen zurückschieben weil ich mir ja eigentlich mein gulasch fertig machen wollte jetzt aber gab es leckeren pudding und kaffee und ja hier seht ihr meinen saustell vorher habe ich das systematisch immer aufgeräumt gehabt ich habe meine boxen hier stehen gehabt hier ist auch noch mein klappstuhl den habe ich auch noch mitgenommen aber sonst habe ich ja schon alles rausgeholt und eine wolldecke habe ich mir noch mitgenommen weil ich gemerkt habe ich habe jetzt drei mal glaube ich drei oder vier mal habe ich eine hängematte geschlafen ohne luftmatratze ich kann das irgendwie nicht ab und das wird nach einer zeit immer kalt am rücken deswegen werde ich heute abend mal versuchen mit einer wolldecke in der hängematte zu schlafen ich finde es eigentlich richtig nice so was am see hier schön schlafen in der hängematte natürlich alleine immer ein bisschen hat man kein zum quatschen aber dafür habe ich ja jetzt hier die netten mädels getroffen mit dem werde ich auch gleich noch mal ein bisschen quatschen die interessieren sich auch hier für lost place und sowas und genau dann noch mal kaffee schlürfen und dann geht es auch so allmählich dann irgendwann ins bett das hört sich aber so an ob der opa gleich schon ins bett gehen muss und zum frisör muss ich wieder die haare die kotzen mich so dermaßen an das ist kein toller schnitt irgendwie ich weiß ganz genau dass ich die nacht bestimmt wieder nicht richtig schlafen kann weil ich bin halt ich bin der nachteule ich bin nachts aktiv das war ich immer schon gewesen und naja mal gucken wie es heute abend hier direkt am see wird das praktische ich habe vorhin hier schon ganz viele mücken gesehen dass die hängematte auch ein moskitoschutz hat genau jetzt kann ich den ganzen klimbim hier vorschieben und braucht das einfach nur noch hier wieder einrasten zack zack und da muss man echt auch vertrauen zu haben was man hier selber baut letzte woche waren wir auch schon auf lost place tour unterwegs und da habe ich das schon mal getestet da hat luca hier in meinem auto geschlafen und ich habe dann in der hängematte geschlafen 1a deswegen wollte ich das heute noch mal so als abschied machen und ja weil der caddy jetzt ja halt weg geht caddy goodbye war eine schöne zeit mit dir darauf noch mal einen kaffee mit dir caddy bye bye so schuhe ausgezogen jetzt geht's ab in die hängematte ist ja auch mittlerweile schon ein uhr das blöde ist ich habe meine taschenlampe heute vergessen ich glaube ihr könnt hier gar nichts sehen wie ich mich hier gerade wieder in meinen schlafsack rein zwängen die kamera mit beiden füßen festgehalten es ist schon schon ein bisschen quälerei wo fimmst du hin stefan ich weiß nicht ihr könnt hier das sehen ich glaube ich habe es geschafft wie gesagt ich habe diesmal die wolldecke mit das muss man auch alles mal so ein bisschen hin und her röckeln ich habe hier noch eine tasche drin da ist meine powerbank und mein handy drin ja das ist ein bisschen arbeit hier aber dann wird es auch gleich schön gemütlich für mich ist wichtig dass ich keinen kalten rücken krieg und deswegen will ich das mal mit der wolldecke ausprobieren es ist gemütlich ich bin irgendwie voll hängematte süchtig geworden so jetzt habe ich das ein bisschen zu hoch gespannt aber wenn man so ein bisschen runter macht kann man den see sehen cool jetzt bin ich in die hängematte reingeschlüpft und im schlafsack hat mir die wolldecke zurecht gemacht dass ich keinen kalten rücken kriege hoffe ich mal gucken wie das wird und ja jetzt ist natürlich der akku von der kamera leer eigentlich müsste ich zum caddy wieder ran aber das lassen wir mal ich hoffe ich kann daher noch mal filmen wie die sonne aufgeht sonst muss ich wirklich wieder raus schlüpfen hier aus meinen aus meiner hängematte aber ich lasse es jetzt sein wir schalten einfach ab also bis später jetzt gute nacht schade leute dass ich euch das jetzt nicht zeigen kann ich kann noch durch meine hängematte durchgucken auf dem see das ist so geil ich schwöre es euch mal wieder was ganz anderes so jetzt aber wirklich abschalten gute nacht ich kann sie nicht ich kann sie nicht in ihr Morgen ist es halb sechs, es hat jetzt durchgehend geregnet und es ist ein bisschen was vorne, ups, habe ich gerade erschrocken, hier vorne ist gerade ein bisschen was reingekommen, ich habe die Wolldecke ein bisschen hochgezogen, es saugt auch noch ein bisschen die Nässe auf, ich habe leider, es tat mich ganz nach vorne gespannt, aber das gehört dazu, ihr seht, es regnet, es hat vorhin noch doller geregnet, ich bin ja nicht aus Zucker, oder? Wenn man ein bisschen nass wird, ist das auch nicht so schlimm, ich habe ein Handtuch mit, habe eben alles trocken gewischt, hier meine Hängematte und jetzt versuche ich noch mal ein bisschen weiter zu schlafen, die Aussicht ist auf jeden Fall hammergeil, wann hat man dann schon mal so eine Aussicht, also es ist auch schwierig immer so einen Platz zu finden. Ach herrlich, das ist ja auch mal etwas anderes, kein Sonnenaufgang, sondern das Regen zu beobachten, und dass man nass wird, auf jeden Fall gleich mal aufräumen, wenn das ein bisschen aufhört zu regnen, und dann will ich gleich mal Kaffee kochen, ja, ich brauche meinen Kaffee wieder. Ich habe irgendwie einen ganz kleinen Fehler gemacht, es war zu doll auf Spannung, da ist es nochmal wieder gerissen, also, das heißt, ich brauche eine neue Hängematte. Zumindest habe ich ein bisschen geschlafen, bis dann der Regen kam, und dann habe ich gemerkt, wie das hier so ein bisschen reingetröpfelt hat, letztes Mal habe ich das ein bisschen besser gespannt, das Tarp, ich habe auch wirklich nicht mit gerechnet, dass es noch regnet. So, die Hängematte kann ich eigentlich schon mal einpacken, Tarp lasse ich nochmal eben so lange gespannt, und dann werde ich mir eben meinen Kaffee kochen, ihr wisst, Kaffee muss sein. Ja, und dann war es das eigentlich schon wieder, ne? Es war auf jeden Fall eine coole Nacht, mal wieder was anderes, und das letzte Mal mit dem Caddy. Adieu, Caddy, war schön mit dir, zweieinhalb Jahre, richtig geile Touren gemacht. Das ist ein Grund. Eigentlich habe ich auch kleine Töpfe, aber ist egal, hauptsache ich kann Kaffee kochen. Ja, eigentlich wollte ich mir damals den Caddy komplett fertig machen, Innenausbau so richtig campermäßig, aber ich habe erstmal provisorisch hier eine Sitzbank eingebaut, dass ich überhaupt losfahren kann und irgendwo schlafen kann und dazu ist es halt nicht gekommen, weil ich ganz viel immer auf Touren war, keine Zeit gehabt hatte. Auf jeden Fall, wenn jetzt ein neuer Caddy kommt, dann will ich mir das vornehmen, etwas strukturierter zu machen, weil mir sind schon ganz viele Sachen eingefallen, was sich besser machen könnte. Ja, man kann so viel machen, man muss auch immer die Zeit dafür haben. Was war das denn vom Brumpfschrei gerade? War das Blasrauben zum wach werden oder was? Der Regen hört auch so langsam auf, dann kann ich meinen Tab gleich noch aufräumen und dann geht's wieder nach Hause. Das war's wieder. So, Prost. Der letzte Kaffee mit dir zusammen, Caddy, und dann gehst du weg. Mal gucken, was mit dir passiert. Vielleicht wirst du ausgeschlachtet, bist wieder woanders im Caddy verbaut, dann trafst du noch Power und Let's Urbex, Power. Auf jeden Fall schön. Und mein Auto hieß übrigens auch Bärbel, so ein Insider von meiner Frau und mir. Gibt ihr euren Autos auch einen Namen? Oder fällt euch der Abschied auch so schwer wie mir? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. So, Prost, Caddy. So, jetzt noch eben das Tab abbauen. Wieder alles aufräumen. Ich schmeiße das aber alles so ins Auto rein, dass wir die zu Hause ordentlich sortieren und mal eben aufhängen. Wie gesagt, ist ja auch nass. Mein Schlafsack ist nass, mein Tab ist nass. Wolldecke, das muss ich erstmal zu Hause alles aufhängen. Ich schluck Kaffee noch. Beim neueren Caddy kommt auch ein Dachgepäckträger oben drauf, weil ich möchte ja auch Solarpanel oder ein paar Kisten drauf haben. Das war halt eben so, ja provisorisch gemacht, M6 Gewindestange genommen. Ja, oben, zack, eingehangen mit Karabinerhaken, Hängematte ran und fertig. War halt, wie gesagt, eine spontane Sache und ist doch saugeil, mal so draußen vom Caddy bis zum Baum so eine Hängematte zu spannen und da drinnen zu schlafen. Finde ich cool und das wird beim nächsten Caddy genauso. Halt, wie gesagt, da baue ich mir vielleicht eine richtige Halterung dran, dass man das halt, ja, direkt einklinken braucht und nicht mal irgendwie was festschrauben muss, wie jetzt gerade. Einfach besser optimieren. Jetzt fängt das wieder stark an zu regnen. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles zusammengepackt und da würde ich auch sagen, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und wie gesagt, ab und zu kommt jetzt spontan mal Freitag ein Video raus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet oder was ihr selber für Autos fahrt und ob ihr, ja, gerne meine Projekte noch weitersehen wollt, wenn ich mir einen Caddy hole und den ausbaue und damit würde ich sagen, ja, kein Sonnenschein, leider Regen, aber das gehört halt eben auch dazu zum Campen und dann würde ich sagen, jetzt abschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Abschalten jetzt. Abschalten. Bis zum nächsten Mal.